Moin Moin und herzlich Willkommen zu Let's Play Modern Warfare 2 im Multiplayer mit dem Alex, ja genau der da mit dem Marvin, mit dem Basti und mit mir dem Sebastian. Wir spielen heute mal wieder Search and Destroy auf Subbase und Spastis, Spaznas oder Spaznas oder wie auch immer die Mongos heißen. Spaznas, das ist doch die russische Spezialeinheit ist das, ne? Auch nicht. Die haben nix drauf, die Spazis, die war ab jetzt, zack. Marvin, das sieht richtig geil aus. 8-0. Habe ich auch gehört. Hinten bei einem Spawner ist einer, offenbar. Lolololol, ich wurde abgeschossen von vorne, von A irgendwo. Ja, der ist auf A. Das geht nicht, guck, ich hab, ich fühle das schon nicht mehr. Oh my god, oh my god, der ist bei A, der ist bei A ganz offensichtlich. Ich hab mir dreimal in den Kopf geschossen. Also irgendwas ist dann bei mir da Hit Detection am A, scheiße. Aber du, ich hab echt ziemlich kassiert, ganz ehrlich. Wo ist der, wo ist der? Der müsste bei A irgendwann sein. Ey, das ist doch scheiße, ich hab den in den Kopf geschossen. Loil. Loil. Nein, ist schön. Ne, ich neife nicht. Neifen werde ich niemals tun. Wieso nicht? Ne, mach ich einfach nicht. Weiß ich nicht. Aus Prinzip oder einfach, weil es demütigend ist? Er will kein Panic-Neifer sein. Alles. Ich will es einfach nicht. Okay. Ja, gut. Ja, ist ja voll, ist ja eine legitime Einstellung. Ey, ich hab dir ehrlich in den Kopf geschossen, weil du hast mich erst gar nicht gesehen, ne? Ne, ich hab dich zuerst nicht gesehen. Und ich hab dir wirklich in den Kopf geschossen und dann hatte ich keine Chance. Alex, das kann gut sein. Ich hab gedacht, es ist vorbei mit mir. Ich hab richtig rot gesehen. Fuck! Wo sind die? Sehr schön. Links aber im Gang. Wo bist du? Weiß ich nicht, wüsste ich auch gerne. Ich kenn mich mit der Map nicht so aus. Okay, ja. Mach, 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 mach. Nein, mach nicht. Marvin, lass es. Marvin geht auf B. Marvin geht auf B. Was immer du vorhast, Marvin, lass es. Ja, ist klar. Flash. Ich weiß nicht, von wo der kommt. Ich auch nicht. Ich kenn die Map nicht so gut. Hört sich aber hier an. Oh. Also ich hab dich seit 10 Minuten. Ich hab dich seit 10 Minuten. Da oben. Ähm. Ein Chef. Wo? Oh nein. Geradeaus, oben. Sauber. Ja, seit 10 Minuten hab ich dich gesehen. Ich musste defuse'n. Ja, Marvin, ich hab die ganze Zeit gedacht, verdammt, der muss mich doch hören, wenn ich hier rumlaufe. Hast du Feuerkraft Pro drauf? Nee, weiß ich nicht. Ja, wenn du das nicht drauf hast, dann ist klar, dass die ACR richtig mega absackt. Doch, hab ich ja. Okay. Da glaub ich jeder, oder? Normalerweise sagt das jeder, ja. Hast du nicht? Nö. Du bist hör mal ein Pro hier, Junge. Wie? Ein Pro. Ich geh hoch, ne? Like a Pro. Der ist auf Spot drauf, glaub ich. Hab ich auch gehört. Die müssten B kommen. Hinten ist A offensiv gegangen. Stimmt gar nicht. Ja, der ist oben im Haus drinnen, Alter. Bei dem Spawn. Unten. 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 Pass auf. Lolo. Nein! Ah! Wer die Samtech sch... Ah! Schöne Samtech. Schöne Deckenmode. Ne Marvin, das kannst du ja schön abschminken, dass ich da hingucken komme. Pass auf, vielleicht der läuft ja nicht. Ja, der läuft ja nicht. Der läuft ja nicht. Ja, der läuft ja nicht. Ohne die, ohne die, ohne die! Oh mein Gott! Boah Marvin, ich hab Marvin nicht schwach. Ich mach's immer schwach. Alter, ganz ehrlich Marvin, ich hätte dich fast gekriegt, ohne Mist. Ja, ne. Mein Aim, Alter. Der Auto verkackt, ne? Ich hätte ich, ganz... Marvin, ich glaub, wenn ich, wenn ich, wenn ich den direkt drauf gesetzt hätte, ich glaub, ich hätte ich gekriegt. Ja, glaub ich auch. Ja, wer hätte die Falle gekriegt, ne? Aber, aber war nice, genau. War nice. Schön gemacht, Marvin. Search and destroy. Das war schön gemacht, Marvin. Muss man lassen. Ah, das ist kackiges. Der ist eigentlich oben, äh, vorne. Die in Beinrichtung A, ne? Stimmt gar nicht. Doch, Beinrichtung A. Das ist ne fette Lüge, Alex. Das ist ne fette Monsterlüge. Ich hab einen Hittag mit der Granate. Stimmt gar nicht. Hast du gar nicht. Die sind im Haus drin, im A-Haus drin. Oh, nach oben im Haus. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lol. Mein Engel. Ich weiß nicht, wo Lars ist. Der war... Lars? Wer ist Lars? Wer ist Lars? Ach, Lars. Ach, Lars. Habe ich aber auch verstanden. Ah, jetzt fangen die wieder an zu sägen. Oh mein Gott. Oh, fuck. Wo ist er? Alter. Der ist... Ja, genau. Jetzt fangen die wieder an zu sägen. Ja, sicher hab ich mich erschrocken. Wie blöd, ey. Oh, ich hab mich erst voll spät erschrocken. Äh, äh, aah. Oh, ich fieber voll mit. Oh, Lars. Komm, ey, jetzt renn wir mal ins Feuer rein jetzt hier, du Spasti. Basti, ich trau an dich. Scheiß Musik, ne? Ich hör gar nichts, Alter. Die Musik hab ich zum Glück aus... Ja, Alter, ja, nein, 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 nein. Alex. Schwarz-Pro-Satzikaner, Alter. Alex, das ist nicht politisch korrekt, was du da machst. Ach, komm. Politisch korrekt. Wo war er, war er da oben, oder was hier? Da, warst du da? Ja, da war ich. Ja, da war ich. Scheiße. Nice, Alex. Ich kenn die Maps gar nicht mehr. Ah, Basti, Basti. Alter, der kommt in Nahkampf, glaub ich. Nichts Nahkampf, du holst den jetzt. Darum war der doch. Der war doch da links, oder? Der war da nicht. Das stimmt. Ah, nein, 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 nein. Oh, fuck. Basti. Das gibt gleich Schläge doch. Nee, aber ich, ich hatt's nicht besser gemacht. Oh, ey, Junge. Pro, ey. Ey, jetzt hat Alex mal einen Kill gemacht, und er meint sofort, er wäre Gott. Zwei. Hab ich schon gemacht. Ja, du bist ein ganz doller Pro. Ich glaube, es wird wie du geobst, ne? Nee, ich habe... Ja, okay. Ja, die drei Teamkills zählen nicht. Und dort drunter? Sehr schön. Oh Mann, freu ich mich auf Ninja, ey. Irgendwo, die schießen, die schießen irgendwo ganz weit hinten. Ich weiß noch nicht wo. Mit der Farmers, glaub ich. Leute, mit der Farmers? Ich glaube, keiner von uns hat eine Farmers. Nee. Ja, die schießen, die schießen schon auf B. Woban, was, wo bist du denn, Alter? Muss, muss er B decken. Genau, du musst B decken, Marvin. Da ist dann die Spawn von denen rum, Alter. Ist auch ne Legende. Lol. Du hast wahrscheinlich eh grad Bullshit erzählt, Alex, aber jetzt... Hab ich mich grad echt erschrocken. Okay, Marvin da, es war fail. Marvin, wo ist... äh, Basti, wo ist der? Ah, mit meinem Aim bin ich immer fail. Ja, das war echt toll. Der hat aber auch Old nicht kassiert gehabt. Ich weiß gar nicht, wer so da an die Septestin geschießen hat. Der ist mit einer Mauer dazwischen. Deswegen glaub ich das nicht. Der ist Mitte. Der kommt. Der geht in den Tunnel rein. Ich seh ihn schon. Schön. Ich seh ihn schon. Ach ne, das war's... Ich hab meine eigene Killcam grad geguckt und hab gesagt, schön. Weil ich dachte, dass das Basti wär. Oh ja, ich hab's drauf. Hm. Gute Frage. Haben wir... haben wir den Maps wenigstens? Vielleicht haben wir kaputt, der langläuft, ey. Hast du zwei Primärwaffen, Basti? Ne. Ne, hast du nicht, okay. Alter wo bist du denn? Da wo du nicht bist. Nääääääh. Alter. Gernicht. Ach, egal. Mach mal. Du machst halt schon. Hört man was piepen eigentlich, wenn man plantet? Ja. ich gar nicht der muss man irgendwie ich habe man nicht nur dieses aufklappen des koffers schön war sehr schön ja mal wenn der kanzlei was war nicht dein erstes cd marvin ja okay ich kann in die zukunft sehen was die das tut mir jetzt unendlich leid aber ich habe richtig gefällt schön 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 wollen wir auf die bombe gucken lass mal das nächste mal bitte click haben ausmachen finde ich schon ich finde das ist besser warum ich weiß nicht dann weiß man nicht dann sonst ist es ja eigentlich schon ein bisschen hacken fast wenn man dann wenn man sofort ansagen kann wo der gegner ist ja das gehört aus dem team-play dazu finde ich ja ja geht so war irgendwie schon voll komisch ja war irgendwie schon voll komisch ja jetzt wirklich ja ganz kurz so so habe ich gar nicht gesehen wo wie gern ich jetzt dings hätte er ja junge tor auf dem chest ninja pro älter ich bin auf dem piste mit saugern hinzu hey ich sehe die luder und macht keinen spaß mehr alter ich sehe die geht noch nicht weh ich kein spaß ich konnte mich gar nicht sehen alter natürlich wollte ich sehen Ich hab die Klickung mal angeguckt. Alter, auf einmal war der da, ey. Ich hab dich nachladen gehört, glaub ich. Kann das? Mh-mh. Oh, hat aber nix gehört. Nee, ich mein, ich hab dich nachladen gehört, dass du nachgeladen hast. Kann das? Weiß ich nicht. Okay. Alles klar. Schön, 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 schön. Sehr schön, hast gesehen? Also, ich weiß nicht, ob du mich nachladen würdest. Seh mich aber da, ja. Jaja, hab ich gesehen. Jetzt campen die da hinten wahrscheinlich wieder mit den Mongos. Die Schabalacken. Schabalacken. Haben die ne Drohne? Ja. Die sind beide im Tunnel bei A. Oder oben. Alter, ey. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Die sind, die sind zum Spawn hinten gegangen. Ja, nein. Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Nicht da dann so beschissen. Bitteschön. 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 Bamm. Ja, mit der Waffe hab ich irgendwie gar keine Aimen. Was hast du denn für eine Waffe gespielt, Marvin? Ja, UMP. Mit der kann ich nicht aimen, irgendwie. Was so? Nein? Weil letzt... Alter, hast du nur gesehen? In den letzten drei, vier Runden. Weiß nicht. Ich find dich gar nicht so schlecht. Auf keinen Fall. Ja, ja. Ich find dich nicht, aber ich vereim damit immer. So, ich hab gehört. Mit der Farmers eine der Euro-Pause laufen. Ja, wenn man richtig aimen kann mit der Farmers, dann ist die echt derbst OP. Habt ihr schon wieder Aufklärungszone, oder was? Ja, klar. Ich hab wieder Aufklärungszone, oder was? Ja, haben wir. Hält ich jetzt? Ja, haben wir. Ehe nicht. Kann sie auch abschießen. Doch, haben wir. Jetzt verlässt man sich da aber wieder zu sehr drauf. Genau jetzt ist sie weg. Ja. Hab ich mir auch grad gedacht. Hinten, ähm... Ja, bist du auch im Pro, ey. Wo war der? Aber den geht dann da. Ich wollte dich umlaufen, Alter. Das ist doch scheiße. Du hast aber kein Ninja, oder? Weil ich hab dich gehört. Nein, ich hab gar nichts. Das ist ja kacke. Wolltet, aber dann hab ich mir sogar selber Ninja alles erspült. Das hab ich alles nicht. Ja. Das ist richtig kacke. Mach keinen Schein. Ja, ich weiß ganz gar nicht... Ich bin einmal in Hack-Lobby gekommen. Gleich Level 70, alles freigeschalten. Ja, war bei mir auch so. Da oben. Ja, Aim. Danke. Ja, gut. Ja, hast du aber. Da konntest du auch nicht viel mal auf die Entfernung mit OMP. Doch. Jetzt wird er unten raus, wie gesagt. Also, damals hätte ich den weggeholt. Damals. 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 Als wir noch jung waren, ey. Schau. Ja, ich kenn die Map jetzt aber auch nicht. Ich wusste jetzt auch nicht, wo der hinläuft. Ich kenn die gar nicht mehr, Alter. Da hab ich dich mit dem letzten Schuss. Mit dem letzten möglichen Schuss hab ich dich noch erwischt, oder? Ja. Ich glaub ein bisschen weiter aufnimmt. Ja, ja. Pfff. Kann ich mal eine andere Waffe? So. Search and destroy. What? Destroy the objective. Destroy the objective. We got the bomb. We got the bomb. Nee. Tut mir jetzt leid. LOL. Nein. 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 Das tut mir leid, Basti. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hinten. Okay, komm. Fahr mal. Es geht durch. Nice. Schön. Der andere, der kommt mit Sicherheit sofort. Basti. Das tut mir echt leid, ey. Hab ich richtig verhaut. Verhaut? Verhaut. Wie sagt man das denn? Verhauen? Was hab ich verhauen? Oh. Kann ich doch nicht wissen. Ey, das ist richtig kacke. Ich kenn gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo die hier alle herkommen können. Der Alex frag mich mal. Okay, ich mein, ich hab's in letzter Zeit wieder viel gezockt, aber. Hey. Oi. Oi. Links ist der. Ey, halt doch die Frisse. Links? Oh mein Gott, der hat mich gesehen. Ja, guck, wie viel lebt's. Ich hab den richtig im Kopf. Ich hab den... Guck mal, es macht keinen Spaß! Ich hab den... Hab's gesehen, Marvin? Ja. Ich hab den richtig in den Kopf geschossen. Ich hab den richtig in den Kopf geschossen. Weißt, ich hab den... Ey. Das Ebi rennt aber auch lange. Verrückt, ey. Hättest du nicht links gesagt, dann wäre ich schön auf den drauf gesprungen. Ja, ich... Ich... Als Marvin links gesagt hat, hab ich die ganze Zeit überlegt. Hä? Wo ist denn jetzt links? Wo ist der denn jetzt? War ich voll verwirrt. Hat er dich noch aufgeschossen? Der hat mich noch getroffen, ja. Der hat Vorreiter. Lass mal Washington bitte. Ja, weißt du... Einen hab ich. Schön. Wie ist nächste Runde, ne? Lol, da hab ich gefailt. Da hab ich gefailt. Okay. Schön gemacht. Mach ich keinen Spaß, Alter. Ist auch kacke jetzt. Ah, da hab ich aber auch mächtig gefailt. Schön gemacht. Machst du? Ähm... Ah, schön. Ja, guck. Ich will einmal schlei... Wo kommst du da her? Wo kommst du? Es macht keinen Spaß. Lol. Es macht keinen Spaß, nein. Wie kannst du das schließen? Guck mal. Guck mal, ich schlech einmal rum und da kommt er von hinten. Ich hab dich... Ich hätte dich aber auch gemessert. Ja. Ja. Macht keinen Spaß, Alter. Ja, dann, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag euch noch und ciao, ciao. Höllo. đến